Elisabetta Elisabetta, die Dinge nicht so gut waren. Der Kontakt war... Du siehst! Ich weiß! F***ing Fäden sind überall! Ich fühle mich, die wollen mich zurück. Wir sehen, was passiert. Ich habe noch mehr Ziele zu machen. Das ist sauber! Hörschü, ein Raser! Hinterher! Helft nicht! Den muss ich verhaften! F***s! Verhaftet! Nach dem Gesetz der Straße! Meld dich mal! Was macht er denn? Na gut, das ist gar nicht da. Ja, was ist das? Ein Polizierrevier, oder? Ja gut, der Roman hat ein neues Taxi Depot. Das heißt, ich kann bald wieder einen aussenden. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich die da irgendwie durch die Gegend. Was ist ziellos? Hey Baby! Was hast du mitfahren? Michelle, oh Gott! Was möchten die? Hey Nico! Mallory sagt mir, dass du jetzt mit Elisabetta-Torres gearbeitet hast. Wir kennen uns beide? Elisabetta scheint ein paar Freunde zu haben. Das ist, weil sie ein Dealer ist, Nico. Junkie lieben die Leute, die sie mit Drugs vermitteln. Du bist nicht in der Welt, oder? Ich versuche es zu vermeiden, Michelle. Vielleicht mache ich ein paar Worte für Elisabetta. Ich bin kein Dealer. Ja gut, die Michelle ist ab sofort meine Psychologin. Meine Sinnedokterin. Ja gut, die Michelle ist ab sofort meine Psychologin. Meine Sinnedokterin. Jetzt muss ich irgendwann mal wieder rumkommen. Wie mache ich das? Ich seh schon. Einmal im Kreis und dann ab über die Brücke. Moppelfahrer, weg da. Weil die rasend. Achso, hier wieder. Achso, hier wieder. Das ist die Brücke. Auch da ist sie. Hätte ich gemeint, die finden die nie. Achso, mal fahren die oder schenken die. Achso. Wer ist Bistro? Du stöttes Malakka. Ja gut, dann schaue ich später vorbei. Jetzt fahre ich erst noch mal zu Manny. Der weiß auch was. Wo hat denn dieser Manny? Michelle schon wieder. Nein. Für nichts. Ich glaube nicht. Mit dieser Michelle häng ich mich bei der FG. Da kann ich auch abhängen. Na gut. Da sind wir wieder. Was? Nein, du bist nicht. Du fühlst ein bisschen metrosexuelles. Metrosexuelles ist gut. Man, wer noch nie gehört von einem metrosexuellen Ex-Gangster? Hey! Ich bin ein Lord, nicht eine Frau. Diese Show wird mich bekannt. Du bist bekannt. Ich werde mich bekannt. Niko, was ich hier tun? Ich habe ein Film Genie hier, macht mich wie ein transsexual, oder etwas, auf TV. Und jetzt, ein Punk ist auch immer so viel zu sprechen. Was Punk? Man, bitches I used to roll with. Guys caught up in the game. Punks in 2D, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, man. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man. We're brethren, right? Give it up, man. All right, man. Yo, listen. Can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood, man. What the fuck is that, man? Ja, schuldet mir was. Ich glaub, das schuldet mir grad einen Haufen. Pass auf. Ich würde mal sagen, ich benötige ein neues Fahrzeug. Das ist ein bisschen Schrott. Nehmen wir die Kisten. Zur Brücke. Welche Brücke? Ja, so mein. Was ist da fliegt mit donde? Irgendwie vollstehend da hin und her, gell. Eine Katastrophe. Moment. Leid gerade, wenn er da ist. Fünf Dollar. Für nix und wieder nix. Oh, wir legen den Drifti. Oh. Oh, wir legen den Drifti. Oh, wir legen den Drifti. Zur Brücke, sagt er. Auf der anderen Seite, oder wie? Komm, gehst weg da. Komm, gehst weg da. Ja. Hoppala. War ein kleiner Betriebsunfall. Immer vollgas. Weg damit. Warte, Hänge aufstauschen. Oh. Total Schaden. Was? Was? Die Zielperson ist im Zug. Woher weiß er das? Soll ich den Zug verfolgen? Ja, das kann ja heiter werden. Bei dem Verkehr. Ja, gut. Da ist der Zug. Wobei, der sollte gar nicht so schwer sein, oder? Ja, warte mal. Der ist schon da vorne. Moment. Moment. Meine Mutter runter. Ich werde die abhauen. Das Gute ist, der Zug kann ich kurz abbiegen. Oh, wo schnell ist er? So, mein. Der pickt ab. Weg mit dir. Und ich muss dazu sagen, bisher haben wir noch keinen Flugmissionen gehabt, gell? Aber die können wir noch. Das wird ja grauen. Das weiß ich jetzt schon. So, mein. Dieser Zug. Glaubt der einmal in der Stehe, oder wie? Die Ziele haben den Zug verlassen. Wo sind die Ziele? Wer weiß denn das? Ja, das ist die Frage. Wo kommen die rüber? Da können wir auf jeden Fall laufen. Ja, bewegen sie dir, oder wie? Moment. Die Herrschaften laufen. Ja, da sind sie schön. Ja, das ist abhauen. Weiter noch schon. Ja. 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 Ja, sag mal, wie schaut's denn da aus? Da könnt ihr mich gewischt, gell? Die Stadtreinigung. Da müssen wir mal wieder ein bisschen Verordnung sagen. Das ist aber unmöglich. Auf jeden Fall, beim Meni haben wir keine Missionen mehr. Erst einmal. Vielleicht kommt nochmal was. Und, es regnet schon wieder. Ja, sag mal. Eine SMS von Unbekannt. Dr. X. Castle Garden. War gut. Ich schau mich um. Der Gämmnisvolle Dr. X. Aus Gott entjagt. Halt auf. Romantisch, Turm, pack. Der ist um, mein Baby. Mach mitfahren. Oh Gott. Der Panik kriegt. Little Jacob. Der ist auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss jetzt über eine Brücke mit der Brücke ins Glück oder vielleicht ins Unglück. Kann das auch sein. Ja, wurde sechs schon. Jetzt ist mir wieder Aquablending angesagt. Und Vollgas, da möchte ich um mich hemmen. Nicht, dass ich auf der Brücke um mich einschläfe. Ich steppe ihn vor uns weg, Gerd. Du musst dir Dr. X. Ja, einen Termin. Elisabetta. Möchten die schon wieder. Schau dich nicht, Nikko! Nikko! Ich höre, du kannst dich verstehen, der Rösterkirche. Geh hier, bevor ich aus Patience und beginne zu schütteln! Ich glaube nicht, dass ich nie als Peacemaker gespielt habe, aber ich werde da in ein bisschen. Ja, sag mal. Zu jedem soll ich wohnen. Zu jeder Zeit. Bin in Chinatown. Jetzt werde ich jetzt mal zur Tochter X schauen. Und dann zu dieser Elisabet. Ich töre diese Töne selbst! Eher krufe! Geh hier! Da! Getschen! Eher krimparks!